Es ist Samstag um 19.25 Uhr. Schönen guten Abend und willkommen zur Ziehung der Lottozahlen. Neues Jahr, neues Glück ist sicherlich das Motto von vielen Lottospielern. Da wollen wir doch heute mal schauen, ob wir ihrem Glück irgendwie auf die Sprünge helfen können. Lottokugeln und Ziehungsgeräte sind poliert und natürlich auch wie immer im Vorfeld ordnungsgemäß kontrolliert. Das heißt, einer glänzenden Ziehung steht heute nichts im Weg. Ich drücke Ihnen ein ganz fest die Daumen. Los geht's. 28.280,60 Euro. Genau so viel Geld hat gefehlt beim Fast-Millionär aus Mecklenburg-Vorpommern. Er hatte mit sechs Richtigen am Mittwoch die Million nur ganz, ganz knapp verfehlt. Und hier kommt die erste Zahl für heute. Die 16. Niemand hatte also auch die passende Superzahl zu den sechs Richtigen. Somit wächst der Jackpot immer weiter an und steht heute bei rund 5 Millionen Euro. Weiter geht's mit der 19. Ja und Sie sehen am Beispiel des Spielers aus Mecklenburg-Vorpommern auch mit nur sechs Richtigen. Kann man natürlich schon jede Menge Geld gewinnen. Und je nachdem wie die Quoten stehen, schaffen Sie es vielleicht auch da schon zum Millionär. Und die dritte Zahl für heute, die 25. Und in der Zusatzlotterie Spiel 77 hatte wieder niemand die passenden Ziffern. Und somit warten hier heute vier Millionen Euro auf einen neuen Besitzer. Und die 36. Ja, so viele Millionen, mit denen man sich richtig viele tolle Wünsche erfüllen kann. Wir freuen da so viele tolle Sachen ein, die man sich eigentlich kaufen kann. Ich drücke Ihnen allen ganz fest die Daumen. Vielleicht klappt es ja. Ich gönne es jedem. Und hier die vorletzte Zahl, die 39. So, auf zur letzten Lottozahl für heute. Und wenn Sie die jetzt gleich auch noch haben, dann haben Sie natürlich die besten Chancen, heute vielleicht Millionär zu werden. Und die letzte Zahl für heute, die 48. So, hier sind sie nochmals, die sechs Richtigen am heutigen Samstag. Und jetzt geht es natürlich weiter. Jetzt gibt es noch hoffentlich für Sie die richtige Superzahl. Ich drücke noch mal die Daumen. Viel Glück. 28 Millionen Euro sind heute insgesamt in unserer Ausspielung. Und wie gesagt, 5 Millionen Euro warten im Jackpot. Und schauen wir mal, welche Superzahl es heute trifft. Es ist eine kleine und es ist die Eins. So, und jetzt gibt es alle Zahlen wie immer noch mal in der Übersicht, in der richtigen Reihenfolge. Beginnend mit 6 aus 49. 16, 19, 25, 36, 39, 48. Und heute mit der Superzahl 1. Und nur noch die Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden ja bereits im Vorfeld zur Live-Ziehung ermittelt. Beginnen wir mit Spiel 77, 8, 0, 2, 2, 8, 4, 5. Und noch die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 5, 8, 3, 3, 7, 5. So, das war die Ziehung am Samstag. Und alle Gewinnzahlen und Quoten finden Sie wie immer bei uns auf lotto.de. Und schauen Sie doch auch mal wieder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Denn der Lotto-Kanal erstrahlt mit allen Ziehungssendungen, die es bisher gab, im neuen Glanz seit kurzem. Und um 18.25 Uhr am Mittwoch geht es dann weiter mit meiner lieben Kollegin Nina Assisi. Ihnen allen jetzt noch einen schönen Abend und ein tolles Restwochenende.